Wie werden Zeitschriften-Jahrgänge bei Argon Sports World eigentlich geprüft? Bevor sie in unserem Shop angeboten werden, prüfen wir, ob die Hefte eines Jahrgangs alle vorhanden sind und ob ihr Zustand in Ordnung ist. Hier kontrolliert der Kollege das Vorhandensein aller Hefte eines Jahrgangs anhand der Heftnummern. Zusätzlich zu dieser Vollständigkeitsprüfung macht er bei einer Handvoll Heften genaue Stichproben, um festzustellen, ob es Beschädigungen gibt. Diese können durch Wasser- oder Kaffeeflecken entstanden sein. Außerdem prüft er, ob es Fehlstellen wie ausgeschnittene Bilder oder Artikel gibt oder sogar ganze Seiten entfernt worden sind.